Wir haben exklusives Salonkonzepte. Das den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird. Und da ist es eigentlich völlig egal, wie alt die Kundin ist. Also von jung bis alt ist bei uns alles dabei. Ja, also besonders stolz bin ich auf meine Mitarbeiter. Dadurch, dass sie das ganze Jahr über den hohen Standard standhalten und auch den tollen Service bei den Kunden anbieten und die Dienstleistung. Wir haben einen sehr hohen Service- und Dienstleistungsstandard. Das bedeutet, die Kundin, die die Dienstleistung erhält, bekommt zusätzlich auch eine Nackenmassage, Handmassage bei einer Farb- oder Dauerwellbehandlung. Dann frisches Obst im Sommer, Getränke, das versteht sich von selbst. Der Kunde kriegt bei uns zu seiner Dienstleistung auch eine Nackenrasur kostenlos, eine Handmassage, Kopfmassage und wenn er will auch eine leichte Rasur. Der Reiz ist für mich natürlich vom Salonalltag auf die Showbühne oder auf Veranstaltungen natürlich der Spaß. Also es macht riesig viel Spaß, wirklich bei Hochzeitsmessen zum Beispiel oder in Kooperation mit Franschek auch die Miss Germany zu frisieren. Man hat auch wieder eine große Motivation, wenn man wieder im Salon ist, um einfach wieder was Neues zu bringen. Die Begeisterung ist da auch bei den Mitarbeitern, weil die ja auch immer bei den ganzen Veranstaltungen dabei sind. Das Team festigt sich durch die ganze Sache. Musik Wir bieten einmal unseren Hochzeitsservice hier im Salon, beziehungsweise natürlich auch zu Hause an. Das heißt, die Kundin kann entweder hier im Salon ihre Hochzeitsfrisur und ihr Make-up behalten oder wir kommen auch außerhalb der Öffnungszeiten zu ihr nach Hause, sodass sie die Möglichkeit hat, wenn sie zum Beispiel um 8 oder um 9 Uhr heiratet, dass wir schon um 5 oder um 6 Uhr bei sind und dementsprechend natürlich auch Make-up, Ressur als Paket auch anbieten. Und das wird sehr stark in Anspruch genommen. Also das heißt, wir haben über das Jahrverteil bestimmt 100 bis 120 Hochzeiten, die wir forcieren, manchmal an einigen Tagen, gerade im Mai, wirklich 4 oder 5 Bräute zur gleichen Zeit. Das ist natürlich logistisch dann auch eine Meisterleistung, dass wir das hinbekommen. Musik Seit wir professionell eigentlich mit einer dekorativen Kosmetikfirma arbeiten, wie zum Beispiel Malo Wels, haben wir natürlich immer mehr Kunden, die auch darauf zurückgreifen wollen. Und wir bieten es auch Kunden an, die jetzt zum Beispiel da sitzen und nur einen Haarschnitt bekommen, dass wir anschließend sagen, können wir ihnen als Service ein Fresh-Make-up anbieten. Das heißt, sie wird kurz aufgefrischt, kriegt ein leichtes Puder drauf und fühlt sie sich natürlich gleich viel wohler, wenn sie mit einer tollen Frisur und gleich ein tolles Make-up nach Hause geht. Musik Also Egon-Produkte benutze ich jetzt seit 2012, Ende 2012. Da habe ich auf die Farben umgestellt und bin sofort sehr zufrieden gewesen. Also meine Lieblingsfarbe ist die Keratin-Farbe, die ist einfach der Hammer. Also wenn ich das ausfärbe, das kommt wirklich klasse raus. Das Haar glänzt super, es fühlt sich toll an, es fühlt sich schöner an wie vorher, obwohl es gefärbt ist. Also es ist echt der Hammer. Auch Keras Bar bin ich sehr zufrieden. Also die Keratin-Anwendung, das Haar glänzt danach. Die Kundin hat einfach super Haar, obwohl sie vielleicht mit kaputtem Haar angekommen ist. Also es ist echt klasse. Musik Ja, sehr zufrieden. Also ich würde jetzt mal sagen, im Vergleich zu anderen Firmen ist sie schon sehr, sehr groß. Also es geht von der Keratin-Farbe über die 10-Minuten-Farbe, über eine kühle Farbrichtung bis zur Moda, die eigentlich ein sehr, sehr großes Spektrum hat. Das ist wirklich klasse. Musik HFH bedeutet Herdwässer für Herdwässer. Und es ist eine Vereinigung von bundesweit 16 Friseuren, die sich regelmäßig treffen, um Konzepte zu erstellen. Unter anderem Shows, Veranstaltungen, Workshops. Musik Musik